Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit eurem Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Ja, diese schöne Schnelligkeitsübung mit Sprüngen, schnellen Sprüngen und anschließend Richtungswechsel, die der Trainer vorgibt. Ich habe rechts und links etwas aufgebaut. Dort könnt ihr natürlich Reize setzen, wie Farben, Zahlen oder Namen, die ihr den Spielern mitgibt und die dann die entscheidende Richtung einschlagen müssen. Ja, der zweite Teil ist hier Sidesteps, um die Beweglichkeit auch des Spielers im Spiel zu haben, zu trainieren. Ganz wichtig die Geschichte, schnelle kleine Bewegungen aus der Hüfte heraus. Ja, schön, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich dann aufs nächste Mal. Bis dann, dein Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger.